Also gut, Abonnenten. Dieser Punktkäfer bewacht unsere Frucht. Da bleibt nur eins. Wir besiegen ihn. Sir, yes sir. Okay. Wir glauben, der beste Weg zum Sieg ist, dass wir uns Waffen aus den Stöcken dahinten bauen. Außerdem sollte jeder von uns eine ordentliche Portion Nektar. Gute reise, treuer Abonnent. Nein, warte, warte. Ähm, sollten wir die Sache nicht etwas klüger angehen? Stimmt. Vielleicht brauchen wir irgendwas, was etwas schwerer ist. Was für ein hartnäckiger Brocken. Wir fragen den Piggydex. Großer Punktkäfer. Empfohlene Taktik. Mit deinem Skill. Versuch's erst gar nicht. Weißt du was? Ich bin raus und tschüss, Mann. Alles für Neos und LPN. Um diesen übermächtigen Feind zu bezwingen, müssen wir jetzt alles geben. Jeder von euch ist jetzt gefragt. Also los. Ähm, versucht ihr die ganze Zeit an diese Orange ranzukommen? Ich kann noch ein Stück weggehen, wenn ihr... Und das und das und das und das auch und das auch. Was? Das war's? Keine Pikmin mehr? Warte auf Pikmin 4? Wie konnte das passier'n? Stell dich in Pikmin 4 dann wenigstens nicht so dumm an. Ha! Ich hasse diesen Planeten. ARD Text im Auftrag des WDR